Ludwig Erhard Schule Herr Scholz verteilt Noten wie Paybackpunkte Tun Sie der Schule bitte einen Gefallen und kündigen Sie Frau Becker Liebe Grüße, diese Schule ist das Letzte Bitte eure Kinder nicht hierhin schicken Dies ist nicht mehr mit einer Schule zu vergleichen Da kann man seine Kinder direkt zum Frankfurter Hauptbahnhof schicken Kommt das gleiche bei raus Asi-Schule, Asi-Lehrer, Asi-Sekreterin etc. Ich würde ja gar kein Stern geben geht aber leider nicht Nicht zu empfehlen Na, immer geschwänzt und jetzt überraschenderweise durchgefallen? Ekelhafte Drecksschule Die Frau an Sekretariat ist unhöflich und widerlich Mit sofortiger Wirkung bitte kündigen Danke Nur dreckige Menschen dort Drecksschule Bedingung für die Anmeldungen ist, dass man als Muslim nicht fasten darf Geht's noch?